Moin, ich bin Babel Sur vom Team der Lüneburger Heide. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder bei der Naturale dabei zu sein. Unsere Naturverbundenheit und unsere Liebe zu unserem lila Land sind unsere Passion. Deswegen spürten wir auch von Anfang an diese starke Nähe zur Naturale und ihrer Philosophie. Wir sehen uns in Wiesbaden und hoffentlich auch bald bei uns hier in der Lüneburger Heide. Wir sehen uns in Wiesbaden. Wir sehen uns in Wiesbaden.